Freundeskreis Die erste Schlagion die Linie geschrieben wurde von Werb連et Gespräch an und von crénair Daniel Becker Ja! Schädige Faschisten. Fechstein, der Böhrer, Schütze, der SG. Stark war am Ende, 2 zu 0. Das war ein guter Torwart. Das war ein guter Torwart. Das wurde der Apostelreifung im Sinn umzugesetzt. Aber die Hälfte ist ein guter Torwart. Der Anschlussreffer... ...zwei Schwein... Ja, ich war's dir. Ich war's dir immer angenommen. Kein Häftisklark. Das ist früher, das ist früher. Das wäre noch mehr auf der Glocke. Das ist früher. Ja, genau. Das ist früher. Boah, was ist jetzt? Was ist denn jetzt rüber? Was ist denn 6er Zug? Scheningen können ausgleich. Ja, klar. Ja, das sind ja 3.000 mit Ball. Das ist ja gut. Ah, wie ein Verschoss. Hab ich ihn natürlich davon geklitten? Da hat er nicht gemacht. Das ist ja das! Nichts, ja, nur noch oben. Ich muss dich mal durch, schon mal durch. Nein! Es ist wirklich gut weg. Das ist vielleicht 400 Meter lang. Schädige, Pferdämonik, Ausgleich. Und macht ihr auch den Ausgleich, 2 zu 2, wir kommen zum fünften Meter. Ja, genau. Ja, genau. Der Ausgleich, 3 in 3, kommt zum sechsten Entbinder, Alex Finger, normale Sicherungsschütze. Der Ausgleich делает M Der Ausgleich, 8 in 3, kommt zum sechsten Entbinder, Kyle Mirkann, 5 in 3. Beck, 8 in 3, 5 in 3, 1 ist ein Laus品chmechan. Die Städte ist ein Faschist, die Städte sind entkassiert in der Städte, die Dachbecker-Lauer-Karfs-Fest. Die Heimischwisschen holen hier an der Tromze. Die Heimischwisschen holen hier an der Tromze.